Heute klären wir bei ReefBudys die Frage, was passieren muss, damit so ein Aquarium klatzt. Mein Name ist Markus Mahl. Ich baue im Pflege seit über 20 Jahren Meerwasser-Aquarium. Und auf diesem Kanal möchten wir dir alle Fragen rund um das Thema Meerwasser-Aquaristik beantworten. Wir sehen uns im nächsten Video.